muss einfach nur ausweichen Oh, oh, nein Kuh, Player 1 hat mehr als du Pff, er hat mich immer noch mehr Skill, also mehr Ich hab gleich dauernd, ich hab noch ein Leben und du nicht Ich weiß Jetzt da, genau, genau, erst der Kanal, dann die Welt Ja, natürlich Breaking Fight, da, hier oben wo ich schlage musst du drauf schlagen Oh, jetzt kommen wieder die Stacheldinger Oh, du schlägst immer noch drauf Ja Jetzt bin ich tot Jetzt sind wir dauernd, lol Du musst einfach nur Continue drücken, Continue los, Start Dann kannst du auch noch auswählen, wen du spielen willst, du musst nicht immer die Spiel Ja, ich spiel bei Raph Jetzt hab ich nur noch 16 Skitten, oh Ja, sicher Was ist das? Hast du niemals die Serien gesehen? Nein Du, 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 was auch immer Technodrom, let's kick shell Okay Kommt her, ihr blöden Spackos, ich Was Was willst du? No, nein, ich hab jetzt gerapscht Kommt her, kommt her, kommt endplate ich wer wer flieg weg du Peser Peser oh ich bin ja der rot ich gucke mal auf den roten ich höre nur scheiße ja Extreme Killing Yo 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 die beißen mir in die Hand die beißen mir in die Hand hihihi ist durchdruckt ein paar Römer ist dauerung machte alles dauerung weiß ich das haben die komische Pieksgabel in der Hand hihihi Rui nein es ist nicht kaputt gemacht die Zahra und die ich ganz die ich eben ganz gut benötigen können immer kommt die Blutzer erhöhnt und er hat aber hier blöden das sind wohl das sind abwehrlos Teufel u als Täter in als Töder komm einfach aus dem Boden geschossen wenn sie sonst nichts anderes haben dann aus dem Boden wo ist mein Partner angekommen wo ich habe mir so oft wo ich zwar getötet habe das ja ich glaube ab Prozent das Dorf von Papern will auch das für mich sicher ist das nicht völlig aus ein hatte gerade mehr aber durch gut dabei wer bist du du nimmst nicht nur rechts Prozent ja ja jetzt wechseln der kann mich einfrieren MAH! Nein! Ich bin tot! JA! Oh, ich bin verdampft! Oh, komm, Alter! Nein! Ich schlag dich, ich schlag dich tot! Yeah, beides down und ich leb sogar noch! Ah, den Hund und ne Schiffkröte! Jetzt können wir durch, jetzt kommt ja, glaub ich, der Aufzug Oh ja, der ist da, der Aufzug Oh, oh, oh! Ja Das ist sowieso nicht so viel zu verlieren wie ich oh, 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 oh! Danke, danke! Kommt her, jubeln Spacko! Hey, klau mir nicht mehr ne Kills! Das ist meiner, meiner, meiner! Du, du, du Womo-Türtel! Wer trinkt denn hier lila? Au! Ich nicht. Ich trage pink. Ich bin... Gut, das ist schon genauso schlimm. Oh nein, ich hasse diese Robofiecher. Bist du gleich schon wieder kaputt? Alles kaputt mach. Extreme killing. Extreme ausrasten. Ich glaub, die kannst du nicht krabschen, die musst du einfach kaputt schlagen. Oh, da geht's weiter. Ah, cool. Endgegner? Heute gibt es Turtlesuppe. Du musst jetzt die Gegner erst ausknocken und dann in den Bildschirm schmeißen. Und du hast dich nicht treffen lassen. Wie schmeiß ich die nicht in den Bildschirm? Ja, so, ganz einfach. Ausknocken, rangehen und schmeißen. Bam. Aber... Und nicht treffen lassen. Am besten. Oh, jetzt, jetzt kommt die Grabscher. Jetzt kommt die Grabscher, alter. Ich hab mich da. Schilder ist vielleicht da. Schilder ist vielleicht da. Nein. Schilder ist da. Ja, ist das? Ja, ist das? Ja, ist das? Mein Suhl geht zu Ende. Ich fahre bei euch in die Zeit, von der ihr niemals wiederkehrt. Fühlt er jetzt. Mir fehlen die Beine irgendwie, aber egal. Prähistorik-Turtlesaurus. Oh Gott, ich hab Angst. Darf ich Angst haben? Der sieht verdammt cool aus, ja, darfst du. Okay, ich hab Angst. Ich seh schon Fußabdrücke. Kämpfen! Oh, gibt's die? Oh Gott! Was ist das? Eier. Eier, wir brauchen Eier! Was? Wie sagst du Fight? War echt sowas von auf Drogen. Oh, ich mag das einfach gegen diese Gegner zu kämpfen. Bäm, bäm, bäm! Bäm! Ui! Ui! Flieg, Gegner, flieg! Natürlich, ich bin von so'n Kack-Ei getroffen! Die Grabea, ey! Wenn du noch reinrennst, dann ist halt so, ne? 112! Ich komm wieder! Ui! 304! Ja, ich bin auch schon mal gestorben, ne? Ja, selbst von Schuld, ey! Oh, Leute mit der Axt! Find ich cool! Du tötest die einfach so, du Mörder! Ja! Tötest die einfach so, du Mörder! Tötest cool! Wow! Oh nein, ich lasse diese Teile! Nein, jetzt bin ich auch noch down, ey! Ja, das schmeckt euch nicht, ne? Kommt her, ihr blöden Mix! Los! Ja! Schmeißen! Oh, ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Jetzt hör mal auf! Hey, hey, hey! Vorsichtig, vorsichtig! Au! Ja, aber nicht direkt in die Bombe rein! Ja, ja! Oh, das ist wieder dauernd! Ich bin noch nicht einmal gestorben und du schon zweimal miteinander! Oh, ich glaube, ich werde jetzt gleich sterben! Ich schütze dich! Oh! Oh! Oh, ja, du schützt mich! Da werde ich von so'n Stalaktit abgewischtieren! Schmeiß dich doch einfach vor mich! Da haben wir die Sache! Ich kenne sie doch im Sterben aus! Bäm! Komm her, Alter! Ich schlack dich! So, ha! Jetzt erst mal hier! Bäm! 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 Oh, oh! Ich bin Platz! Bäm! Ah! Jetzt soll ich auch dauernd! Das nächste Mal hat es! Oh, darf's Kontiniert drücken! Yay! Bäm! ein verschwärter fd das war blau erhält sich die jungen stimmt doch endlich wer ist viel cooler ich habe es gilt als du der kürtlich habe ich hier zu übelst glatt gemacht im bettel ja das war natürlich habe ich ihn platt gemacht keine frage was ist das der slas boah slasch ist das der gitarrist hallo du bist der ps mother fucker nicht mehr das ist zu den fünf forschen ich glaube wir müssen immer gegenseitig also so ein rücken das ist das das ist das